Ich freue mich, dass wir jetzt zusammen ein bisschen gehen wollen. Der Hintergrund ist Ihnen wahrscheinlich bekannt, nehme ich an. Niedersachsen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und da ich sowieso sehr gerne wandere, fand ich den Gedanken, dass man dann einfach mal so ein paar Wanderungen in Niedersachsen macht und dann passenderweise 75 Kilometer durch Niedersachsen, allerdings hübsch verteilt. Das fand ich sehr schön. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Und dann noch ein paar Wanderungen aus dem Niedersachsen und auch ein paar Wanderungen, genau aus dem Niedersachsen. Musik 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 Die Admino oder die B3 in Probe. Also ich habe eine richtig schöne Zeit gehabt. Ich habe Spaß gehabt. Ich habe mit ganz vielen von Ihnen zwischendurch mindestens kurz, manchmal auch ein bisschen länger reden können. Wenn ich mit ein, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber ich glaube, wir alle haben Freude miteinander. Ich hätte jedenfalls eine Ahnung. Es war eine gute Stimmung. Die Admino oder die B3 in Probe. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. War total gut. Und ich finde es übrigens auch klasse, wie Sie das hingekriegt haben mit dem Wechsel der Witterung. Das ist bestimmt nicht einfach in der Vorbereitung. Also ganz herzlichen Dank.